Miau, miau, miau. Leute, rasen nicht so schnell. Wenn ihr in der Schweiz zu schnell fahrt, stellt sich oftmals die Frage, ob ihr dann noch in Deutschland verurteilt werden könnt. Und das ist jetzt von einem Gericht entschieden worden, wie das Ganze ausgegangen ist und was dem Raser, der in der Schweiz zu schnell gefahren ist, hier in Deutschland droht. Das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und der erste Straftzenar des Oberlandesgerichts Stuttgart hat jetzt über einen interessanten Sachverhalt zu entscheiden gehabt. Da ging es um die Vollstreckung eines Urteils, was in der Schweiz gesprochen worden ist. Das war ein geschworenes Gericht im Kanton Tessin. Und das war eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten wegen unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen im Gotthardtunnel. Also ein Deutscher ist viel zu schnell gefahren im Gotthardtunnel. Er wurde wegen Gefährdung des Lebens und wiederholter grober Qualifizierung Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt. Der heute 43-Jährige aus dem Kreis Ludwigsburg, der lebte mittlerweile in Deutschland. Und da gab es noch so einen Rest der Strafe, der ausgesetzt worden ist zu einer sogenannten Probezeit. Und jetzt kamen die Schweizer an und sagten, okay, jetzt dieses Urteil muss der doch bitteschön jetzt in Deutschland absitzen. Man muss dann hier in Deutschland in den Knast. Und die Frage, die sich jetzt dem Gericht stellte, dem Oberlandesgericht Stuttgart, kann man wirklich einen Deutschen in den Knast stecken, weil die Schweizer ein relativ hartes Urteil, ein Jahr Knast fürs zu schnelles Fahren, ausgeurteilt haben. So, was war denn passiert? 14. Juli 2014 war der Tag. Da ist der BMW Z4-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 135 Sachen durch den Gotthardtunnel gerast. Jetzt muss man wissen, dass im Gotthardtunnel nur 80 zugelassen sind. Das ist also 55 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Und hat dabei zehn Überholmanöver innerhalb dieses Gotthardtunnels. Und wer den Gotthardtunnel kennt, weiß, wie gefährlich da ein Überholmanöver ist. Ich glaube, es gab auch da diesen schlimmen Brand einmal durchgeführt. Insgesamt hat er zehn Überholmanöver von insgesamt 15 Fahrzeugen durchgeführt. Ah, okay, krass. Also zehn Überholmanöver von 15 Fahrzeugen. Klick, 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 klick. Wie kann das gehen? Teilweise hat er sogar zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholt. Ist natürlich also ziemlich heftig. Dann ist er weitergefahren mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200. Fuhr er trotz eines Campolimits von 120 dann auf den Schweizer Autobahnen. Auch um sich der Verfolgung der Polizei zu entziehen. Außerdem war er auch an den Tagen zuvor schon öfter geblischt worden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Jahr Knast und noch ein bisschen was obendrauf. Und jetzt war die große Frage. Nun ja, in Deutschland ist so ein Verhalten ja damals nur eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Und wegen einer Ordnungswidrigkeit kann man hier nicht in Knast kommen. Und es war eben keine Straftat. Also fanden die Gerichte das unverhältnismäßig. Damit widerspricht das Urteil der Schweizer den wesentlichen Grundsätzen unseres Rechtssystems, unserer Rechtsordnung. Und dann können wir dieses Urteil hier in Deutschland nicht vollstrecken. Dann hat sich das Oberlandesgericht Stuttgart das angeguckt. Also erst Landgericht Stuttgart, jetzt Oberlandesgericht Stuttgart. Naja, doch doch, diese zwölf Monate, die muss er hier schon ins Gefängnis. Beziehungsweise das ist in Ordnung, dass er auch hier ins Gefängnis geht. Denn erstmal ist das dann nach den Regeln der Europäischen Menschenrechtskonvention abgelaufen. Er hatte da ein faires Verfahren. Er hatte dem Pflichtverteidiger, auch wenn er selber nicht in die Schweiz gekommen ist, alles bestens gelaufen. Und jetzt war die große Frage, was bei uns nur eine Ordnungswidrigkeit ist, bei denen eine Straftat ist, kann der dann wirklich wegen einer Straftat in der Schweiz hier ins Gefängnis gehen. Und da gibt es einen eindeutigen Wortlaut von § 49 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Und da steht, es kann auch eine im Ausland verhängte Freiheitsstrafe in der Bundesrepublik Deutschland vollstreckt werden, wenn hier in Deutschland aufgrund des geahndeten Verhaltens nur Ordnungswidrigkeiten vorlegen. Also, in Deutschland wäre es nur eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Und hier in der Schweiz eben eine Straftat. Und dann kommt er hier auch wirklich in den Knast. Und das Gericht hat dabei aber auch darauf abgestellt, dass mittlerweile seit Dezember 2017 es ja jetzt auch einen Paragrafen für Autorennen gibt, der hier in Zweifel auch gezogen hätte, 315d Strafgesetzbuch. Und da ist das auch eine Straftat. Also, auch da wäre mehrere Jahre Haft drin gewesen. Gibt ja hier auch noch Straftaten, gefährlicher Eingriff im Staatsverkehr und so. Ein paar haben wir hier auch schon noch für sowas. So, dass dann das Gericht hat gesagt, nee, das machen wir schon noch. Was nicht klappt, ist dann die Strafe zur Bewährung. Also, er sollte dann immer Bewährungsaufnahmen erfüllen. Darüber gibt es keine internationalen Abkommen. Also, das muss er jetzt hier in Deutschland nicht noch dann irgendwie 18 Monate nochmal oder sowas zur Bewährung. Das ist hier sozusagen dann nicht mehr das große Thema. Da wird die Strafe nicht in Deutschland jedenfalls bezogen auf die Bewährung vollstreckt. Da kann also weiter in Deutschland bleiben. Wir müssen ihn da auch nicht irgendwie ausliefern oder so. Aber klar, der Knast, der wird jetzt eben in Deutschland entsprechend abgesessen. Weitere Rechtsmittel sind gegen diese Entscheidung nicht möglich. Bei euch sind aber noch Rechtsmittel möglich, nämlich das Rechtsmittel des Drückens des Abo-Buttons. Ich würde mich jedenfalls darüber herzlichst freuen, falls ihr noch nicht Fans des Kanals sind. Ich weiß, dass die Hälfte der Zuschauer noch nicht Fan dieses Kanals sind. Das ist ein Unding. Den sollten wir doch so schnell wie möglich beenden. Und ihr könnt ihn beenden, indem ihr das kleine Knöpfchen drückt. Dann seht ihr mich morgen hier schon wieder. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin! Schönen Tag! Schönen Tag! Untertitelung des ZDF, 2020